Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Stimmung hat sich jetzt nach der Unsicherheit, die durch die Pleite der Silicon Valley Bank ausgelöst wurde, wieder verbessert und deswegen wollen wir mal auf die Marktreaktion schauen. Ein Risiko und weiß, es gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFD ist erst mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir fangen mit dem S&P 500 im Wochenchart an. Der Index hat in dieser Woche kurz vor dem Dezember tief gedreht. Es gibt einen langen unteren Schatten. Es sieht also in der Momentaufnahme nach einem Fehlausbruch aus, aber der Schlusskurs am Freitag ist dann eben entscheidend. Die Bullen haben außerdem noch einige Widerstände vor sich. Das lokale Hoch bei 4.082 Punkten, letzter Abwärtsimpuls. Dann haben wir noch das Jahreshoch bei 4.208 Punkten und das darunterliegende Zwischenhoch dieses Abwärtsimpulses bei 4.159 Punkten und der wichtigste Widerstand im Abwärtstrend bei 4.327 Punkten. Also erst wenn diese ganzen Widerstände durchbrochen werden, dann wäre der Weg technisch gesehen frei, um einen langfristigen Aufwärtstrend einzuleiten. Trendfortsetzung würde aktuell bedeuten, dass wir uns nochmal dem Tief aus dem letzten Jahr annähern und diesen Bereich dann auch durchbrechen und möglicherweise in Richtung 3.225 Punkte zurückfallen. Der deutsche Leitindex hat sich von dem 2-Monats-Tief erholt. Der Rückgang betrug in der Spitze etwas mehr als 5%. Das ist also eher ein Rücksetzer als eine Korrektur. Bei einer Korrektur würde man von einem Rückgang von 10% oder mehr ausgehen. Euro-Dollar befindet sich nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Das ist der übergeordnete Aufwärtsimpuls. Und kurzfristig scheint das Paar allerdings auf Widerstand zu stoßen und zwar am Tageshoch vom Montag bei 1.0748. Der Bitcoin versucht zum dritten Mal das Augusthoch bei 25.200 Dollar zu knacken. Erster Versuch, zweiter Versuch und jetzt in dieser Woche der dritte Versuch. Der Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit 9 Monaten und bei einem Ausbruch nach oben könnte der Coin die 32.000 Dollar Marke anvisieren. Das ist ein wichtiger Hochpunkt gewesen von der übergeordneten Abwärtsbewegung. Sollte es allerdings nicht gelingen, dann könnte es eine Korrektur geben und auch eine Annäherung an die 19.000 Dollar Marke. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Informationen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.